Siehst du den Mann? Ja? Hast du den Mann? Hast du den Mann? Das ist der Mann? Ja klar, machen wir das. Und lebt sich auf. Hm? Und lebt sich auf. Ja. Ich sehe es! Ja. Das reicht, kannst du fahren. Ist gut, fahr zu, fahr zu, fahr zu, fahr zu, fahr zu. Das ist sehr leicht. Das ist sehr leicht. Ja. Die Stelle, die magst. Nein, nach oben. Und das ist nur für die Bein. Du fährst die Kurse nicht richtig aus. Nein, nach oben. Die muss gleich an der Stelle. Ja. 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 Hier ist die Bewässerungsanlage der angrenzenden Felder fehlerhaft angestellt. Ich dachte schon, wir können sie noch nicht wegnehmen. Vorsicht auf der A6, Mannheim Richtung Heilbronn, zwischen Rai Kockenheim und Kreuzwaldorf. Da steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A München Richtung Stuttgart, zwischen Mühlhausen und Kirchheim-Tagost an der Baustelle. 3 Kilometer Stockner Verkehr und B45, Hanau Richtung Dieburg. Zwischen Arnau und Klein-Auhain und A3, Arnau nach einem Unfall, ist noch eine Spur frei. 3 Kilometer Stock, ein unterwegs, gute und sichere Fahrt. Und wir werden mit 2 Kilometer Aktiv-Siegel-Zoll mit einem Fluss.